wir können können meine Lady wie können gut ist weg und ist weg in den weekend gut ist da war entern wie können gut ist da hin und da hin und dann wie kennen denn und ist das packen hier ach toll äh und dann geht's ja auch so, ja das geht auch so, Mist und dann we can do nothing we can yes, we can äh bla bla bla, was können wir denn, wir können gar nix, wir können nicht mal Minecraft aufnehmen so, wablablabla ach fuck so, da ist noch ein bisschen Platz so, das kommt hier noch weg weg, ja das kommt noch weg und dann können wir das hier oben hier dran bauen so, rumbo badum 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 how nice der war geil, wa das ist ja wunderschön hier auf dem Tisch das ist ja ein Traum, ist das? das ist ein Traum, man i love it okay, was wollte ich noch machen äh, das hier wollte ich noch weg machen ganz genau so, die holen wir später die Dinger da ich weiß gar nicht, wie sie heißen weiß ich gar nicht so, jetzt haben sie wieder geholt und jetzt wird eine Hülle ne da haben wir glaube ich mal Eisen raus ne Cola mal rausgeholt stimmt 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 so ich hab da irgendwie so eine kleine kleine klitzekleine beini feini idea vielleicht sieht sehr gut aus vielleicht aber auch eher nicht so, ne weh ich meine nie hm ja, das können sogar wirklich nicht so schlecht aussehen äh, das sieht ein bisschen komisch aus und ach, diese hoch hohoho ich höhn euch alle ja so oh der Mond guten guten nacht so und da geht's hier weiter oh ja wunderschön ok, ofen 7 Steine hey yeah so, Bäume sind noch nicht gewachsen schade ähm jawoll ja wir haben einen Bohne hm Alter, was? 43 Mushrooms? Hammernice. Das sag ich viel zu oft Hammernice. Aber Hammernice ist halt so ein Wort, das kann man halt viel zu oft sagen, weil es einfach viel zu geil ist. Und ich werde es mal hier... Oh, dreimal Boneymehl. Boneymehl? Ich wollte gerade ein Witz bringen, aber der war, glaube ich, schlecht gewesen. Und das sieht dann mal richtig beschissen aus. Hey. Wunderschön. Ich kann ja mal kurz in die Animation nicht die Dales und die Trees Fast und so hier machen. Oh. Wie schön. Oh, das passt ja hier richtig rein. Ein Traum. Oh. Sieht gut aus so. Ne, glaube ich nicht, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also, der sieht ja gar nicht mehr so schlimm aus, wa? Aber. Mal gucken wir mal so hier. Hier, mein. Bitch, please. Äh. Der sieht ja ein bisschen komisch aus. Der Nervbruch, ich glaube. Der werden wir so machen und so. Hallo, cool. Da geht doch mal rein hier. Nö, 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 gut. So, äh, kann man den so lassen hier, ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt echt nicht. Da machen wir mal Fackele drauf. Achso, ich dachte, da wäre eh ne Spiderman gewesen. So, Fackele und hier kommt auch ne Fackele drauf. Ne, da kommt ne Fackele drauf. Und dann kommt hier eine Fackele dran und da kommt ne Fackele und und ist das richtig so in der Höhe? Ja, ungefähr so, oder? Da können wir die hier, die beiden Hübschen, können wir ja auch noch so machen hier. Ach, schön. Sieht ein bisschen komisch aus, aber... Hallo, cool. Ja, ja, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Also, das ist ja bloß ne kurze Aufnahmesession, wa? Und da wäre ich auch nicht so wirklich, ich hab jetzt gar kein Thema. Also, ich hab schon ein Thema, aber... Das Thema wollte ich erst in der nächsten Langaufnahmesession machen. Das war jetzt eher so ne spontane Aufnahmesession hier, ne? So ne Aufnahmesession, die ist ja meistens so ein bisschen geplant, wa? Und aber ich hatte nicht so viel Zeit gehabt und da konnte ich mich aufnehmen und... Ja, naja, komm, auch wieder. Ne, also... Äh... Ja, genau, wa? Das seh ich genauso. Und ich werde auch gleich die Aufnahmesession wieder reendern. Ich wollte eigentlich schon bloß ne Folge haben. Jetzt hab ich so hoffentlich zwei Folgen schon wieder aufgenommen, für morgen noch. Weil da kann ich morgen nochmal aufnehmen und dann wird das nicht geiler. Und ich hoffe, ihr seht, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt mal... Ich komm hier nicht mal durch, das ist ja neu. Hm, schade eigentlich. Ähm, also ich hoffe, ihr seht, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt hier nicht aufgenommen habe, also keine Folgen kamen. Aber ich hatte halt, wie gesagt, nicht so viel Zeit, gar keine Zeit, besser gesagt. Und aber ich hoffe, bald kann ich das wieder ordentlich machen, mit aufnehmen. Und ja, also... Wir haben 22 Wied. Wundertastisch. Hä, aber ich hab da grad das Gras gesehen. Hä? Bin ich blind? Okay, ich seh grad kein Gras. Naja, egal. Äh, tun wir das hier mal, so ein bisschen. So, so. Achso, ja, ich hab den Madmos drin, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Ähm, tut. Gehört habt und, ähm, ja. Find ich sehr geil, den Mod. Ich kann ja mir hier ein bisschen lauter machen. Wow, 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 ist das laut. Wow, 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 wow. Na, okay. Ich hab das grad ganz leise gehört auf meinem Kopf, vorhin deswegen hab ich so ein bisschen improvisiert. Und jetzt machen wir mal. And we do this whack. Drama, baby, drama. Das ist doch a hammer nice. Ding da, wa? Oh, mir drehen grad voll die Augen. Wir drehen die Augen. Ähm, hm. Oder vielleicht die Bäume hier oder da so an die Ecke machen, das wäre... Alter, war die cool. Die chillt hier auch auf unserer geilen Terrasse rum. Abonnent! Ne, ähm, was wollte ich noch machen? Ich wollte, äh, den Boden hier, können wir erstmal so lassen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es so gut aussieht. Hm. Ach so, ich wollte eigentlich noch... Ah, ha, ha, ha. Na, toll, muss man jetzt hier rausgehen, aber wat? Schreck die Kräse. Schau mal. Schreck die Kräse. Gäh. So, ich wollte ja was ausprobieren, wa? Ähm, so, ich... Oder? Ja, genau. So, ein Trappidor. Ey, cool. Ey, cool. Jetzt kann man diese Einflüge mit... Ah, hammer nice. So, okay. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich nochmal... Ey, mach mal dat. Mach mal dat hin. Mach mal... Ähm, 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 so hier hin. So, da kann man das mal wegmachen hier. Ha, strunggebackt. So, jetzt so. So, das von draußen. Jetzt sieht man... Jetzt sieht man ein Bisskennen, sieht man das von draußen. Das ist blöd. Äh, 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 äh. Mann. Okay, müssen wir jetzt das weghauen hier. So, mit Axt geht's besser. Dann machen wir das doch mal... Da unten hin. So. Ey, cool. So geht's sogar auch noch. Machen wir jetzt mal so hier und so und so. Und dann können wir das so immer zumachen. Und hier müsste ich jetzt eigentlich noch eine Treppe hin. Aber eine Treppe habe ich jetzt nicht. Schade eigentlich. Wo ist unser Haus? Das ist unser Haus, oder? Oder das denn? Ich spiele jetzt einfach mal rüber. Mal gucken, worüber wir da rauskommen. So, und jetzt müsste ich einfach mal nach oben machen. Actually, nicht lieber retired. Dann müsste ich jetzt bald hier unser Haus kommen, wa? Genau. Außen. Sonderny. Wunderschön. Wollte ich natürlich so. Und dann bauen wir uns mal kurz nach oben hier. Ach. Falsch Richtung gebaut, wa? Ja. Äh, dann bauen wir uns mal kurz die Karena evitar. Dann höchst ich auch kurz. Das kommt mir so lange rein. Buhl, 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 Buhl... Dann hörst du auch schon wieder auf, mit der Aufnahmesession. Weil... eben so ne... So ne... Da... Hä? Ich baile einfach mal in die Richtung hier, ich weiß jetzt nicht, wo wir auskommen... I don't knue it... Ähm... Mal gucken, ich sehe das gar nicht jetzt. alter war wollt ihr mich verarschen ich bin gleich so ein bisschen inkompetent war ach wir sind ja drinnen aber geil also haben wir so den geheimen eingang hier braucht man immer ja unbedingt kennt er ja selber von zu hause einfach mal durch den geheimen jetzt viel heraus es waren immer nur zwei oder oder war das keine ahnung wer sich da nicht so machen wir jetzt noch mal hier so das müsste ich schon reichen nein stück das müsste locker reichen machen wir jetzt einfach mal ich würde sagen auch muss aber ich hier sehr klar war dies kennt wettbewerber ist es ist nach vorne ich will hier genauer das ging nicht so und das dann noch so jetzt nämlich hier hoch bauen so so war und dann so und hier kommt wieder eine klappe genau so nicht so war es kommt dann ich bin weg so machen so und dann kommt ein stein rein und dann ist wieder wunderschön so das kann man auch zu machen hier so und da muss man irgendwie hochkommen hochkommen zu die maus und dann aus die maus und der hitl am mond und dann sage ich mal bis zum nächsten mal bis zur nächsten aufnahme session ich hoffe die ist heute abend oder bald oder keine ahnung ich hoffe es war nicht so schlimm ist jetzt die folgen ein bisschen später ab und sowas und das wird natürlich wieder regelmäßiger aber jetzt habe ich gerade bisschen viel zu tun oder so dann auf wiedersehen bis zu nichts aufnahme session hoffentlich und dann